Ja. Was für ein Schriftstück. Ein Geständnis über meine Beteiligung im Rorschrifthandel. Das Mädchen in Essen und ein paar andere Sachen. Ja, wo ist es jetzt? Sie hat es. Bei Betty war es nicht, also muss sie es haben. Darum war ich auch hinter ihr her. Sie hat es nicht. Sonst hätte sie doch nicht geschossen. Sie hat es. Sie hat es, sie muss es haben. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich zieh doch zu dir. Okay. Und wo wohne ich? Nicht bei mir. Nicht bei mir. Ich zieh doch zu dir. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020